Willkommen zurück. Ja, ich habe es nicht reingeschaut in die Aufnahme, aber ich werde es dazu geschrieben haben. Ja. Ja, genau. So, dann fliezen wir schnell zurück. Hätte ich auch gleich in irgendeiner Stadt halt machen können und meine Inventalia, gell? Weil zu viel Platz habe ich jetzt auch nicht mehr. Naja, ein bisschen was geht noch rein. Da kommt der Teleporter und der Händler da oben. Ich hoffe, dass ich es ein bisschen scharfe. So, wir machen uns das Tageslicht. Tja, weiß ich nicht. Ich sehe keinen Unterschied. Keinen großen. Da so eine Höhle. Das läuft doch nicht weg von mir. Ach, komm schon. Höhle, Höhle, Höhle. Gut, dass wir zusammenarbeiten oder so. Ich wollte nicht den Eissplitter zerstören. Ich wollte ihn zerstören. Danke. Nimm ich. Alter, ein Krawall in der Stadt hier. In der Hölle. In der Hölle. Das ist die ganze Zeit, hm? Oh, ho, ho. Draußen ist es voll hell, äh, bä, sonder, git. Ach, schön, 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 schön Lärm hier eigentlich. Moment, für euch habe ich es runtergepegelt, aber ich habe meinen Armohren. Na ja. So, da hinten war noch ein Fuß gestanden, genau. Level 70. So, ich glaube einer ist es noch, dann wäre es das hier. Zwei sogar. Könnt ihr euch mal vielleicht hinterher darstellen? Das würde mir sehr viel besser gefallen. Gut. Ich muss weiter machen, schaffen wir vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Folgen noch. Level up. Das taucht so ewig hier auf den neuen Stufen. Äh, 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 ä das werde ich jetzt wieder andere monster bringen und vielleicht mal ein paar mehr gegenstände man hat ja ganz blaue augen die sind aus wie die eisriesen von game of thrones fällt mir gerade so auf nö 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 da noch ein paar streichleinheiten natürlich aus jetzt muss ich die karte wechseln ach furchtbar na komm also ich behumse euch da nicht gell ich schaue halt nur wie ich laufen muss da ich nicht jeden weg doppelt gehe mehr ist das auch nicht so ähm ich glaube so bin ich hier schon unten beziehungsweise ich bin hier schon unten ich bin hier schon unten ich weiß es gar nicht geht es links weiter oder rechts weiter ich gelö.. weiß es echt nicht verdammt ich glaube das nützt sich gar nichts ja ich geh jetzt mal links weiter wo auch der porter ist der harry ich denke dass ich hier weitergegangen bin danns letzte mal ja dann komm halt her was ich hier mache wonach sieht es denn aus leben was gehen du weißt sicher nicht dass wir de bergere in alle neuen welten für unsere handwerkskunst bekannt sind und wir haben einen weg gefunden nach belieben überall hin zu reisen außer nach asgard dafür hat votan gesorgt mhm der ist gar nicht so weit von meinem schild weg das ist auch der und z z t ach am anfang macht es richtig spaß mit jedem kühlschrank den du findest oder kaufst kannst du dich verbessern tja es ist die frage links oder rechts rum ich denke ich gehe jetzt mal links rum ich kann ja zurückteleportieren wenn es damit sie nicht die karte fehlt war nicht noch einer den rischen flachgelegt klar schickte noch zwei mann 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 ja ja Oh, 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 oh. Was sieht ihr nicht wirklich? Man hört ihn nur. Das ist wieder eine Höhle. Ich hab mal die Waffe genommen. Jetzt ärgere ich mich wieder. Ich hab mal die Waffe genommen. Wo geht's wohl dahin? Hey, Zwerge. Was willst du denn? Ich hab mal die Waffe genommen. Ich weiß nicht, wie er kommt, das macht, um wach zu bleiben. Ob der ganze Tag nur Kaffee trinkt oder so. Ich weiß echt nicht. Ich bin auf jeden Fall immer müde, wenn ich aufnehme. Ich hab mal die Waffe genommen. 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 Oh, 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 oh. Oh. Sehr schön. So, die Frage ist, geh ich jetzt oben rum oder geh unten rum? Im Prinzip nimmst sich's... Nimmt sich schon ein bissl was. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal oben rum. Ein bissl Abwechslung krieg. So. 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 Was willst du denn? Aufereila. Oh, 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 oh. Zwei weniger. Der Vädelring. 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 Ein kleines Entscheidungsproblem, wo sie lang gehen will. Hier ist eine Artilleriepflanze. Ja, da oben gehts raus. Ach, furchtbar. Da oben gehts weiter. Ich habe die Frage. Da oben gehts weiter. Jetzt nochmal kurz gucken. Weil ich glaube, das sieht relativ verständlich aus. Ja, ich weiss, ehrlich sagt nicht. Ich geh jetzt oben erst mal weiter. Ich weiss, da gibt es hier keinen oben. Gibt den Ungeziefer. Ich weiss. Ich weiss. Jetzt müsste er reichen. Alpenklinge. Okay. Es gibt noch ein paar richtige Gegenstände, Leute. Das ist noch alles gleich in die Gerechtigkeit, glaube ich. Wenn ich den Gegenstand zu früh gefunden habe, finde ich jetzt erst mal gar keine mehr. Na ja, schon wieder so ein Viech. Oh, ja. So jetzt ist es ein paar Geräusche. Ach, ich weiß. Oh, ich weiß. Ach, 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 ich weiß. umso schwer in der höhle da zappelt noch einer da auch da 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 das letzte folge für heute aufnehmen ich kann jetzt schon die 5 ne die 6 folgen rendern die ich aufgenommen hab 3 stunden die tank ist aufgenommen da gab man 6 folgen raus und ja dann kommen auf jeden fall wieder bis mittwoch da glaube ich werde am wochen da zum aufnehmen kommen weiß ich heute nicht weil ich samstag ne vermutlich kann man sehen ich gehöre nicht sehen ja sehr gut jetzt bin ich schon fast durch das ist ganz gut also nicht durch in dem sinne ich bin immer durch aber ich bin jetzt wieder beim teleporter dann bald kannst du eine kannst du alle ja 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 hat man nicht gefahren die alten hexen oh gott wie nervig ist auch nicht hat die klappe die die Klar, jetzt sind die alle auf einem, naja, sammeln sich alle auf einem Fleck. Könnt ihr das mal aufhören, bitte? Soll ich das mal fertig bringen mit euch? Danke. Boah, jetzt habe ich nicht nervig das... Oh, Anna! Wahnsinn! So, wieder einer weniger. Drei Pfeifchen, sechs Pfeifchen. Drei Pfeifchen. Drei Pfeifchen. Drei Pfeifchen. Drei Pfeifchen. Drei Pfeifchen. Was es alles gibt. Ich hätte vielleicht doch hinten einen Potter sitzen sollen. naja, zu spät. 14 Angelsgeschwindigkeit. Naja. Nicht öcklich. Oh, oh, oh. Das ist ja lächerlich. 19 Bewegung. So, komm mal aufs Tisch oben machen, gell? Ja, ich versuche hochs. Jetzt schau mal auf die Karte. Auf die schlaue Karte. Irgendwann habe ich da oben einen ganz schön großen Bereich ausgelassen, sehe ich gerade. Na, vielleicht auch nicht. Was ist da oben? Hier habe ich eine Menge ausgelassen. Weil ich immer nur links geblieben bin. Nur sehe ich, oben ist ein Brunnen und ich will jetzt einfach die ganze Ecke hier noch freiklappern. So, jetzt gehe ich jetzt einfach mal rechts, bis wir ins Wasser kommen. Sprich hier. Okay. Das ist voll strange die zwei. Das sind gar keine... Das ist gar kein Wasser. Das sind Bäume. Das konnte ich ja nicht wissen. Das ist gar nicht so. Wieder so viele. Es wird ein toller Monster und Titan Quest, aber wir später das Spiel, desto nerviger die Gegner. Ich bin da richtig fahrig, ich mag mir da keine Strategie überlegen oder sonst was, ich will einfach nur durch. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir zum Brunnen, da geht's weiter und das haben wir in der nächsten Folge sehen. Für mich knapp eine Woche. Gut, dann würde ich sagen, dann hätte ich noch einen schönen Tag, man sieht sich, man hört sich. Eins von beiden bestimmt. Haut's rein, ciao.